Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich die Welt, wie sie ist. Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Camp willkommen. Die picken sich nur die Leute raus, die in ihr System passen. Nur die Besten von euch werden einen Platz an einer der fünf weltweiten Rohwald-Universitäten ergattern. Deine Zeit heute Morgen auf dem Laufband war ein neuer persönlicher Rekord. Heute so. Wir werden jeden von euch einen Sender unter die Haut indizieren. So können wir euch jederzeit im Gelenk lokalisieren. Im Wald sind Kriminelle gesehen worden. Das sind Illegale. Menschen, die den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben. Sie verstoßen damit gegen das Gesetz. Ich hab euch gesehen. Der Kontakt mit denen ist verboten. Kein Wort. Zu niemandem. Du alleine kämpfst gegen uns alle. Mein Jungs, glaub man, dass man die Welt verändern muss. Komm, irgendwo hin, wo man nicht perfekt sein muss. Wo soll das sein? Müssen wir suchen. Kennst du das Mädchen? Du ist eine Illegale. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt wie so ist. Jede Schwäche wird gnadenlos bestraft. Sehe ich die Welt wie so ist. Ich bin die Elite, die diese Gesellschaft führt. Und sehe ich die Welt wie so ist. Ich will zu dir. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich die Welt wie so ist. Verloben und kalt. Wie ist es eigentlich, wenn man sich schuldig fühlt? Macht sie das zu einem besseren Menschen? Ich lieb dich, Lena. Ich lieb dich auch. Sag mal, du und Lena, seid ihr jetzt immer noch so richtig eng? Nein. Ich behalte mich, ja? Kannst du mir vertrauen? Was geht denn da ab, bitte hier an Tim? Lena hat's krass nötig, oder? Na klar. Umgefickt, 16 sucht. Ich hab keinen Führerschein. Lena, ey! Du stressst mich nicht, okay? Lena ist doch ne Bitch. Ich ist total eifersüchtig. Nur weil sie nix abkriegt, macht sie dir jetzt alles kaputt. Lena, Lena, was geht mit der ab? Krass, sie glaubt's. Okay, schicke dir den Link. Viel Spaß, Lena. Reicht, oder? Kleiner Bonus für ne besondere Reise. Ich hör auf den Weg! Ah! Ah! Lena! Was habt ihr gemacht? Ey, du hängst da genauso drin wie ich, ja? Du hast mit diesem Scheiß angefangen. Mann, du bist so krass, ey. Ja! Rachel! Hallo, Louis! Sie finden immer noch Leichen. Da draußen herrscht Chaos. Dieses Haus wurde von der britischen Regierung beschlagnahmt. Es ist jetzt ihr Haus. Aber wir haben uns. Herr Lubbert. Colonel Morgan. Bitte kommen Sie rein. Das ist meine Frau. Meine Tochter und ich werden Sie nicht stören, bis wir ins Lager umziehen. Wie wär's, wenn wir Sie hier behalten? Mit Ihnen... hier wohnen? Ihr Hass wird vielleicht nicht offen gezeigt, aber unter der Oberfläche ist er vorhanden. Haben Sie während des Krieges hier auf einen deutschen Sieg gehofft? Hat die Bombardierung die Gesundheit Ihrer Familie beeinträchtigt? Ja, die Gesundheit meiner Frau. Sie ist beim Luftangriff gestorben. Das tut mir sehr leid. Du hast mir nicht gesagt, was mich hier erwartet. So war das alles nicht geplant. Nichts ist so, wie es geplant war. Bitte geh nicht. Ich hab etwas zu erledigen. Wenn du schon ein Mädchen beobachtest, mache ich wenigstens ein Kompliment. Ja, natürlich. Irgendwas ist anders. Seien Sie vorsichtig, die sind nicht wie wir. Ich dachte, ich würde nie wieder so glücklich sein. Dann komm mit uns. Das ist, was du wolltest. Auf den Neubeginn. Niemandsland. The Aftermath. 2019. Nur im Kino. Ich bin der Aufstand. Der Hass. Die Wut. Die Verzweiflung. Ich bin Jesus von Nazareth. Ich werde dieses Haus zerstören. Niemand wird es wieder aufbauen können. Ich bin das Messer, mit dem die Toten ihren Sarg aufsprengen. Ich bin der Sein-Wirt. Ich bin der Sein-Wirt. Und habe ihn gemessen. Wer liebt, neidet nicht. Er rechnet nicht auf und freut sich nicht über Ungerechtigkeiten. Wer liebt, kann alles vergeben. Hätte dich selbst. Alles ertragen. Und alles erreichen. Das bin ich. Und das ist meine Familie. Gleis, meine Mom und meine Sister, Diane. Und das sind andere Familien, ihre Leben, an die sich Gleis unter gar keinen Umständen anpassen will. Hey Diane, was ist denn mit der los? Nichts. Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse. Das soll hübsch sein. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Und was habe ich gesagt? Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gefügelt hat? Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Bleibt jetzt für immer bei uns. Mein Sohn, Michael. Der soll sich mal nicht so große Hoffnungen machen. Und wird er doch wieder nur abserviert. Was habe ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Gleis hat alle mal vertrieben. Und jedes Mal waren wir wieder alleine. Wir lassen uns nicht froh schreiben, wie wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Bill! Ich laufe nicht weg. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Oh toll, das fängt ja gut an. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren. Und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren. Und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.